Also wie gesagt, wir haben ein paar Mods installiert, ähm, kannst du diese zwei Mods erklären nochmal mit dem Mimic und dem... Der eine Mod sorgt dafür, dass mein Charakter ein kolossales Gemächt hat. Nein. Doch. Nein. Der Mimic ist halt, es gibt ein Wesen, ich glaube es ist hinter Türen lauert das. Oh ne, okay. Dass halt, ähm, die Stimmen von anderen nachahmen kann. Ja. Also warte, von anderen meinst du von uns oder was meinst du mit anderen? Von uns. Achso, ja. Also sie auf einmal mit meiner Stimme redet. Ja. Und, ähm, ich weiß nicht welches andere du meinst. Äh, Skywalker, äh ne nicht Skywalker. Skywalker, das ist die Mutlinie. Skinwalker. Von Anakin and Luke. Okay, Skinwalker meine ich. Nein, Skinwalker war doch das mit den Stimmen. Achso, ja dann war Skinwalker das. Aber es war denn Mimic? Wissen wir nicht. Werden wir sehen, Leute. Ich hab keine Ahnung. Aber ja, wir haben ein paar Mods installiert. Und ich freu mich drauf. Und, äh, oh. Christi, hast du das mit den Katzen hinzugefügt? Ja. Ja, Leute, ich hab einen Mod reingemacht, der heißt nie die Katzen, das sind Katzen. Das hab ich nur für mich gemacht. Christi wollte das eigentlich nicht. Aber das sind Katzen und ich will Katzen. Also es gibt Kostüme. Und ich muss sagen, ich bereue es ein bisschen, weil... Warum zeigst du mir den Mittelfinger? Ja, die anderen sind leider nicht so cool. Das Peter Griffin-Ding ist halt am lustigsten. Ich werde das traurig nehmen. Wenn du Peter willst, darfst du es nehmen. Nee, nee. Ich nehme... Oh Gott, die Augen. Und ich frage dich, wo ich bin. Oh nein, bitte nicht. Besehlos. Nimm Peter, ist okay. Seid ihr glücklich? Okay, du kannst aufhören. Nee, fass an. Ich will gar nicht anfassen. Fass an. Nein, ich hole... Nein. Ich hole... Ah. Ich wollte den Mittelfinger zeigen. Können wir den Trick machen? Können wir den Trick machen? Wie geht das? Sieben. Sieben. Und jetzt hör mal zu. Ich wollte gar nicht klatschen. Ich wollte den Mittelfinger zeigen. Hier ist der Stromkasten. Da unten ist eine... Da ist eine Freiechse. Ja. Hier ist eine Ente. Nimmst du dir eine Ente? Kann ich machen. Sehr gut. Chrissy! Chrissy, du hast doch so... Auf dem Kopf. Wie kann ich dir helfen? Wie soll ich dir helfen? Das sieht echt nicht gut aus für dich. Eine Spinne! Chrissy. Ich glaube, Chrissy lebt nicht mehr. Ah, das ist fein! Das ist fein! Oh! Ist aber knapp. Geht doch ganz gut, oder? 12 Sekunden später. Ah! Nein! Aber wir haben wieder jetzt alles verloren, ne? Oh! Das ist doch doof! Eine Engine! Yay! Annalverkehr! Vaginalherpes! Ich arbeite nur vor, falls wir den... Sehen! Sehen! Du bist so doof! Kannst du dich bitte nicht da hinstellen? Dankeschön! Ha! Hey! Yay! Also hier ist das... Ah! Geh weg! Machst du mich? Hast du irgendwas? Ich bin die kleinen, Boss! Nee, ich hab nix! Okay, dann mach am besten die Tür zu. Vielleicht kommen sie dann nicht. Wir müssen hier lang! Können wir noch was holen wollen? Da sind sie! Ha! Ja, man, ihr deklariert uns! Deklariert uns! Komm einfach her! Ihr habt keine voreinander Angst! Die sind ja schon süß! Ja! Ich hab dich auch gehört! Ich hab dich auch gehört! Ich hab dich auch gehört! Ich hab dich zweimal gehört! Lass mal, lass mal, lass mal erkunden! Ich hör dich! Wie, wo hörst du mich? Ich hör dich zweimal! Was sag ich denn? Ich kann's nicht verstehen, weil es etwas weiter weg ist. Dann lass mal gucken gehen. Sicher? Hallo? Ja? Jetzt hast du gesagt, ah, da bist du! So, ich hab jetzt mal leise sein. Okay. Ah! Wichsviecher! Wichsviecher! Das ist ein absolut gewichsviecher, ey! Okay, bring mir erst mal diese Hand zurück. Willst du irgendwann rein gehen? Weil du weißt, dass ich zuerst sterbe? Ja. Ich mein, du kannst ja dann von innen sehen, was ich sehe. Also, da ist ja ein Bildschirm. Genau. Ich werd's genießen. Okay, bis gleich. Aber redest du noch mit mir? Wenn mir was Lustiges einfällt, ja. Nur wenn dir was Lustiges einfällt. Ich werde gerade nichts Lustiges einfällt, ich werde darauf nicht erholen. Das wird doch nicht gut ausgehen, Leute. Okay, ja, ich gehe jetzt rein. Okay, da ist schon mal nichts. Dann schließen wir mal die Tür, damit ich nicht mehr durchgehe. Da ist schon mal nichts. Meino, wo muss ich mich lang? Kannst du mit mir reden, als ob ich das Gefühl für selbst gespürt habe? Es ist nicht einfach, mit dir zu reden, währenddessen abzuhauen. Huffi, ich habe krank jemanden beim Rauschveratmen gehört. Ha! Was? Was? Huffi, da wird eine ganz, ganz große Kreatur draußen beim Rauschveratmen. Oh, das ist ja nicht gut. Was soll ich tun? Da ist eine Kreatur draußen beim Raumschiff, bei Chrissy. Es tut mir leid. Bist du gestorben? Gehst du gerade ohne mich? Du Sack! Du Sack! Was war da für eine Kreatur? Die Munde, die auch beim Blutmund sonst da sind. Ah, okay, du wärst gestorben, wenn du nicht gegangen wärst. Ich hink die Granny ein bisschen. Uh, uh, ich hitte die Granny. Uh, ich hitte die Granny. Ah. Also ich habe eine Rakete bestellt. Oh, oh. Ah, da ist sie. Da ist sie. Bitte langsam heute nach D.H.L. 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 Vaginalherpes. Bitte. Nehmt Vagisieren. Grüß Sie. Ja! Ach, puh. Wollte nur gucken, ob du noch lebst. Vaginalherpes. Komm, lass doch mal zusammen rum. Was, wieso? Wieso willst du nicht zusammen rumlaufen? Weil du beschwerst dich dann, dass ich nichts mache. Oh, hier, ich habe was. Ich habe schon so viel eingesammelt, aber du nicht. Du solltest mal ein bisschen mehr sammeln. Ich glaube, draußen liegen schon zwei Sachen von mir. Gleich liegen da vier Sachen von mir. Das war eins. Was? Gerade auch. Da darf man was machen, ne? Das wird das Spiel schon erleichtern. Sei ruhig. Ich sag mir, wie schön es wäre, wenn zwei Leute arbeiten würden. Okay, ich gehe weiter suchen. Viel Spaß. Ich hoffe, du überlebst. Oh. Er ist so gemein, ne? Ja, von hier kommen wir doch. Oh ja, er ist gerade rausgegangen. Oh Gott. Das ist mich gerade erschrocken. Ich dachte gerade, du bist rausgegangen. Oh. Oh. New Creature. Da oben. Ah, Mimik, oder? Ist das der Mimik? Ne, das ist so eine Larve oben. Ist das der Mimik? Ne, lass gehen. Fühl dich gerade nicht. Ich hole mal das Ärzte, ne? Was ist denn da noch? Waren da nicht drei Sachen? Ne, ich habe alles. Wir haben alles dabei. Ja, sicher? Da waren noch drei Sachen. Ich guck mal kurz. Wehe, der fliegt jetzt wieder ohne mich. Oh, bin ich gewollt, hier loszufliegen. Wehe, du wartest auf mich. Oh. Chrisi. Oh, nein. Wehe. Sie. Hey, da ist ja wirklich nichts mehr. Nein. Warte, gib mir noch ein bisschen Zeit. Chrissi. Sieben. Bitte, ich habe keine Ausdauer. Sechs. Gib mir noch fünf Sekunden mehr. Fünf. Chrissi. Vier. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Zwei. Warte. Warte. Du bist ganz schön unhöflich. Hast du es gehört? Ne. Wir dürfen jetzt nicht sterben, ne? Doch. Obwohl wir haben ja noch zwei Tage. So gesehen ist es egal. Machen wir uns das gerne mal schwieriger, wenn wir uns wieder aufsplitten. Links rum. Hier bin ich, doofi. Nein, hör auf. Sehr ruhig. Alles gut, ich bin hier. Hör auf, das zu sagen. Ja, das war ich. Nein. Oh, hier ist ein, äh, ich hab ne Ampel gefunden. Das ist immer ein Motor. Für mich ist das ne Ampel. Oh, ein Schild. Oh, ne Lachsmine. Äh, Chrissy? Äh, doofi? Bist du das? Ja. Hast du gerade nochmal gefragt, ob ich mich bei jemandem bedankt habe? Ne, ne? Okay. Okay, dann ist ja irgendwo wieder ein, hm. Okay, es hat gerade jemand mit deiner Stimme geredet, links. Ja. Ich will die mal sehen. Da hast du geredet, hier irgendwo. Ja, du hast gerade geredet und hast gesagt, hey, wenn die an der Decke sind, ist du gar nicht gut. Schön, dass sie sich selbst dissen. Das ist kein Motor. Für mich ist das eine Ampel. Jetzt hast du das mit der Ampel gesagt. Ach, hier. Hey, das sind doch diese Dinger hier. Das sind die Larven. Ich bin hier ein Tierdrafen von mir. Guck mal, die reden mit unseren Stimmen. Jetzt kommt sie leise. Mimic ist ein Monster, was hinter Türen ist. Ja. Und Skinwalker sind diese Larven oben, die uns imitieren, richtig? So viel. Nein. Kann ich nicht springen? Schön, dass sie hauptsächlich mit deiner Stimme... Ja, ist ja da. Ist nämlich keine Tür. Okay, ich höre die Skinwalker die ganze Zeit, mit deiner Stimme. Na, guck, dann bist du ja nicht allein. Toll. Verdammte Scheiße, doch. Was? Was habe ich gesagt? Verdammte Scheiße, doch. Oh, ich weiß nicht, wo es rausgeht. Oh, ich weiß nicht, wo es rausgeht. Ich habe so eine Ente in der Hand, dass wir echt hätten, wenn du auch mal irgendwie was finden könnt. Du kannst dich mal. Du sollst die D für die Zukunft. Oh. Sophie. Oh, da. Ich habe es. Folge meiner Stimme. Sophie. Sophie. Das hat er verdient. Chrissy. Nein. Chrissy. Nein. Mach die Tür auf. Nein. Chrissy. Nein. Nein. Aua. Hör auf. Ich nehme es lieber in die Hand. Nein, ich esse ich. Nee. Ich will mal sagen, du warst halt echt nicht nett zu mir. Ich war voll nett. Du warst echt nicht nett zu mir heute. Wenn du mich damit schlägst, komme ich. Ich kann das alles nicht mehr. Es wäre echt schön, wenn du auch mal was finden würdest. Du sollst keine... Ach, sei ruhig. Ich habe vergessen, die Taschenlampe aufzuladen. Kann einem ja so jede Runde passieren, ne? Ich kann mal walkie talkie auch nicht mal anmachen. Und lass uns mal wieder aufladen gehen. Ist okay, ich gehe alleine. Ich bring schon mal die Ampel weg, okay? Ist meine Ampel. Nein, gib sie her. Ich muss doch sowieso dahin gehen. Ich möchte echt nett, wenn du auch mal was... ...oh mal was für uns tun würdest, ne? Was soll denn... Und auch mal was zu der grundsätzlichen Situation beitragen? Das wäre einfach fantastisch von dir. Nur als grundsätzliche Idee für die Zukunft. Dann hältst du es da an die Sache, aber es wäre echt nett. Okay, ich lade mal auf. Ähm. Kannst du mal aufhören? Jetzt kannst du mich doch auch... Der eine ungeduldig auf der Swinger Party. Chrissi! Ja? Ach, okay. Das gewinnt. Okay. Du bist aber auch wie ein leichtes Publikum heute. Was heißt hier heute? Ich bin immer ein leichtes Publikum. Ah, zwei Schlüsse gefunden. Ah! Ah, nein. Chrissi, schlag mich! Wir fahren uns heute. Chrissi, schlag mich! Ja, Unlucky, würde ich sagen. Ja, ich glaube, wir sollten uns ein Schild mitnehmen oder so, damit wir uns wenigstens schlagen können, wenn jemand angegriffen wird. Wirklich, also nicht nur, dass du... Also du könntest sowohl Sachen zum Schiff mal bringen, als auch... Nein, nein, dann sterb mich schneller. Sterb mich schneller. Willst du nicht? Ich werde so einen Orgasmus haben, wenn du mich schlägst. Das ist mir sowas von egal. Danach... Gut, 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 sieh was passiert, sieh was, sieh was, sieh was, sieh was. Richtig gesagt. Nee, du verdammt auch nicht. Das Ding ist halt... Du bist schwach. Du... Das Ding ist halt, ich sterbe zu schnell. Wenn ich dich jetzt schlage, dann... Dann sorge ich nur dafür, dass wir verlieren. Aber ich würde echt gerne. Okay. Soll ich das Schild mal mitnehmen, damit wir uns schlagen können? Wenn irgendwas kommt? Aber ich will es sagen. Nee. Warum? Gib her. Dann zeig mir nicht den Mittelfinger. Okay, warte. Hier ist eine Rakete mit Walk-and-Talk und Taschenlampe. Ach, scheiße. Geh weg mit dem Schild. Bitte, ich muss... Ich sterbe zu schnell. Geh weg. Wo ist sie dir? Wo ist sie dir? Wo ist sie dir? Ah, das war ich. Geh weg mit dem Schild. Hör auf! Manu! Ich meine, meine Hände sind voll. Du kannst mir gerne was geben, wenn du willst. Ich habe noch nichts. Ja, ja, das ist typisch. Danke schön. Okay. Süßes aus, das ist ein Tabla. Oh, das ist jetzt nicht gut. Du hast ja das Schild, ne? Soll ich mich einfach fangen lassen und du haust mich? Nee. Nicht, dass du dann getroffen wirst. Wir müssen es ja nicht rausfordern, Luki. Ich weiß, aber wenn du getroffen wirst, kann ich dich... Oh, meine Deckel ist der. Der geht aber nicht lang. Dann kann ich dich nicht retten. Oh nein, das ist gefährlich. Oh, der rät auf uns zu. Mein Taschenlampe ist der Ausfahrtsvogel. Meine ist auch fast aus. Du hast gerade hinter uns Auge gesagt. Wo sollen wir denn hin? Wir haben nicht mehr viel Zeit. Meine geht auch langsam aus. Hier ist ein Exit. Hier ist die Mine. Ah, hier. Oh, da ist das Ding. Ah, das sind zwei. Da lassen Sie ein paar Exit nehmen. Echt? Okay. Sicher. Ich schaffe diesen Sprung nicht. Du schaffst diesen Sprung. Ich glaube an den. Warte, Chrissy, bevor ich springe. Hast du da auch rüberspringt? Ja, das ist super, okay. Da komme ich absolut nicht dran. Oh. Du schaffst den Sprung. Kannst du rüberspringen hier? Ach, kacke. Ich soll hier rüberspringen? Okay, oder? Ja. Oh, das ist ja vereinfacht. Okay. Warum bist du gestorben? Nur als Frage. Ich bin nach hinten geflogen. Und bin uns noch gefallen. Okay, also einer von uns beiden wurde gefressen. Sorry. Ich habe vergessen, dass da ein Lochach ist. Oh nein, haben wir jetzt alles verloren? Mhm. War das der letzte Tag oder haben wir noch einen? Weiß ich nicht. Ich muss jetzt gucken. Oh. Grüß dich. Ja? Es tut mir leid. Alles gut, du. Es tut mir leid. Du bist erschrocken, du kleidest. Ich habe mich erschrocken. Es tut mir leid. Du hast mich erschrocken, warum soll ich ängst sein? Aber hey, nächstes Mal schaffen wir das. Ich habe das Leben für dieBSmiten. Soh overcome. Willkommen zu unserer interdisciplinary Basis. Wzyć! Oder? Du bist?